Moin, mein Name ist Karstentott, willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einbrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der Gehtzeitsgebühr und Anständische zu verbraten. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendern Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verfrüßt sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchprechen. Wunderbar, 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 wunderbar. Beim Bombardieren sind alle dabei, ne? Das ist alles, was... Ach, die gehen mir auf den Sack, ey. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, 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 Wissen. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, 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 Wissen. Wissenschaft, Wissen, 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 Wissen. Es macht mich stolz und dankbar. Punkt 4. Weitere mögliche Stichpunkte für eine eventuelle Fortsetzung der thematischen Bearbeitung. Die Bearbeitung dieses Themas ist im Grunde unerschöpflich. Jeder beschäftigt sich irgendwann mal damit. Quellen stehen zahlreich zur Auswahl. Und um eine neue Erfindung handelt es sich hierbei ganz sicher nicht. Daher ließe sich diese Arbeit endlos fortsetzen. Unter Themen, die dabei neu aufgegriffen werden könnten, sind die Rolle der Prost in der Gesellschaft oder im Staats- und Bildungswesen, die Geschlechterrolle der Prost, der Umgang der Medien mit diesem Thema, die Sicht großer Diktatoren wie Stalin oder Adolf Hitler auf die Prost, die Prost am Arbeitsplatz, die Zwangsprost, die Beziehung zwischen der Prost bzw. dem Sex und dem Verbrechen des starken und der unerlaubten Nachstellungen, weitere Sexualstraftaten, den Einfluss des Sex auf das Lernverhalten, der Sex als Freizeitbeschäftigung zum Vergnügen und zur sportlichen Betätigung, die psychischen Aspekte des Wohlbefindens beim Sex und womöglich der Prost, sowie die Verbindung zwischen dem Rauchen und dem Sex oder der Prost. Als zusätzliches Unterhaltungselement dient an dieser Stelle einer Unterhaltungselementenkette, auf die im Anhang weiterer Unterhaltungselemente verwiesen wird, dessen Hauptpunkt der Punkt 6 Wutrede zum Erotikspecial bildet. Dazu gehören die Unterpunkte 7 Verländerte Wutrede zum Erotikspecial und 8 Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial. Letzter Herr unterteilt sich in Punkt 8, Punkt 1, Carsten Todd, Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial, Schiro, Kirkhäutmix, Kirkhäut. Punkt 8, Punkt 2, Carsten Todd, Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial, I have often told you, I went sure, und Punkt 8, Punkt 3, Carsten Todd, Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial, Start to grow, CDK-Mix, CDK, Anhang weiterer Unterhaltungselemente, Punkt 6. Gutrede zum Erotik-Special. Der Mensch denkt an Sex. Immer und überall. Das betrifft jeden. Absolut jeden. Frauen tun es heimlich. Männer offensiv. Frauen tun es heimlich. Männer sind offensiv. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Männer nehmen dieses Angebot an zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Für einige Frauen stellt sich so doch schon fast eine Win-Win-Situation beziehungsweise einen doppelten Gewinn dar. Die Partner wechseln. Treue und Ehrgefühl bedeuten nicht mehr sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Einigen absolut nichts. Aber anderen doch wieder alles. Männer behaupten, ihr Vermögen könne für Partys, Frauen und schnelle Autos drauf. Den Rest hätten sie verpresst. Frauen sind in den Medien. Sie wollen nur spielen. Und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt. Sobald ein einziges falsches Wort ertönt. Das sind allerdings die Fälle, die grundsätzliche Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Einige sehen sich permanent Ungerechtigkeit, Zwängen und Gewalt durch andere ausgesetzt. Das betrifft beide Geschlechter. Doch oft ziehen die Frauen den Kürzeren. Frauen landen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch. Auch unschuldig oder aus Gründen, die für uns nur schwer nachvollziehbar sind. Andere werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Diese tun das nicht freiwillig. Sie werden gezwungen mit Zwamm und Gewalt. Die Befriedigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versiffter, schlagender, dominanter Sekretär. Für Waffen, Drogen, Nutten und 666. Schnellen, widerlichen Sex. Ich raste aus, wenn ich sowas höre. Notfalls überstehe ich alle Repressalien. Ich werde trotzdem weiter kämpfen. Ich werde niemals aufhören, für Recht, Gesetz und den Schutz der Menschen einzutreten. Anhand weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 7. Verländerte Gutrede zum Erotik-Special. Der Mensch denkt an Sex. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da reicht die Freundesliste aus. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. Im Meer und überall. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Die Yeti. Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel. The Last Location. NSA und Prism. Pizza-Paradies, Tom-Mama-Parat. Das betrifft jeden. Absolut jeden. Die Yeti. Elber, Janka und der Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen Ziegler. Hex. Europa. Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen. Was erlaubt? Struss. Frauen tun es heimlich. Männer offensiv. Frauen tun es heimlich. Männer sind offensiv. Einige, Mario, eine ist der andere Mehmet. Elber, Janka und der Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen Ziegler. Was erlaubt? Struss. Elgit-Spieler wie zwei oder drei. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Sexuelle Orientierung. Und es macht mich stolz und dankbar. Super Job. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Euch würde ich so sehr. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ich fühle mich sehr geehrt. Männer nehmen dieses Angebot an. Zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Richtet eure Waffen. Lass es einfach zu. Auf das Kapitän. Auf Snow. Starbett. Für einige Frauen stellt sich so doch schon fast eine Win-Win-Situation beziehungsweise einen doppelten Gewinn dar. Das Risiko. Genau. Also, dann lassen Sie mich bitte ausreden. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Auf das Kapitän. Auf Snow. Also, ich empfehle Ihnen die Tofu Brokkoli. Die Partner wechseln. Treue und Ehrgefühl bedeuten nicht mehr sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Einigen absolut nichts. Aber anderen doch wieder alles. Erfahrung im Topf. Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich gebe immer die Schulde. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe 21 Erfolg. Ich habe 21 Erfolg. Männer behaupten, ihr Vermögen könne für Partys, Frauen und schnelle Autos drauf. Den Rest hätten sie verpasst. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Einige Marionisse, andere Mehmet. Elber, Janka und der Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen Ziegler. Was erlauben? Strunz. Frauen singen in den Medien, sie wollen nur spielen. Und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt. Sobald ein einziges falsches Wort ertönt. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Kriegen sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Wir müssen verstehen, warum wir machen wenig. Um Leben und Tod. Das sind allerdings die Fälle, die grundsätzliche Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Elber, Janka und der Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen Ziegler. Was erlauben? Strunz. Unser Leben hat niemals uns gehört. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wer kann machen, machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, nicht schreiben? Einige sehen sich permanent Ungerechtigkeit, Zwängen und Gewalt durch andere ausgesetzt. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Haben keine Mut an Worten. Das betrifft beide Geschlechter. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Direkt ins Gesicht gespuckt. Doch oft ziehen die Frauen den Kürzeren. Frauen landen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch. Unschuldig oder aus Gründen, die für uns nur schwer nachvollziehbar sind. Andere werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Diese tun das nicht freiwillig. Sie werden gezwungen mit Zwang und Gewalt. Das ist ein populistische Scheiße. Der berühmte schwarze Mann. Korruptes Arschloch. Schlampe. Ach, die gehen mir auf den Sack. Ja, das ist... Tippen. Was grinst du mich an? Was machst du? Wichser. Die Befriedigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versiffter, schlafender, dominanter Sekretär. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Für Waffen, Drogen, Nutten und Sex, Sex, Sex. Schnellen, widerlichen Sex. Crime. Destroyed. Eliminated. Wir sind Freunde der USA. Ich raste aus, wenn ich sowas höre. Notfalls überstehe ich alle Repressalien. Ich werde trotzdem weiter kämpfen. Ich werde niemals aufhören, für Recht, Gesetz und den Schutz der Menschen einzutreten. Anhang weiterer Unterhaltungselemente Punkt 8 Instrumentalisierte veränderte Wutrede zum Erotik-Special Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Außerdem verwendete ich einige Zitate aus meiner Sendung. Hottentot, welche ich aufgrund des Zitatrechts durch zuvor gesendete sogenannte News-Beiträge verwenden darf. Anhang weiterer Unterhaltungselemente Punkt 8 Punkt 1 Kerstentot, instrumentalisierte veränderte Wutrede zum Erotik-Special Chiro-Kirkhoid-Mix Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Kirkhoid mit dem Titel Chiro-Kirkhoid-Mix. Sechs, 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 sechs. Schneller, wieder löscher sechs. Sechs, 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 sechs. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sechs, 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 sechs. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sechs, 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 sechs. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Der Mensch denkt an Sex. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da reift die Freundesliste aus, da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. Immer und überall. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Die Yeti. Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel. The Last Location. NSA und Prism. Pizza Paradies. Komm mal mal parat. Sex, sechs, 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 sechs. Schneller, wie verlösser Sex. Sex, sechs, 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 sechs. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, sechs, 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 sechs. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sex, sechs, sechs, sechs. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Das betrifft jeden. Absolut jeden. Die Yeti. Elbert, Bianca und der Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen Ziegler. Hex Europa. Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen. Wasser erlaubt. Struss. Frauen tun es heimlich. Männer offensiv. Frauen tun es heimlich. Männer sind offensiv. Einige, Mario, eine ist der andere Mehmet. Elbert, Bianca und der Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen Ziegler. Wasser erlaubt. Struss. Die Spieler wie zwei oder drei. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Sexuelle Orientierung. Und es macht mich stolz und dankbar. Super Job. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Sex, 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 sex. Schneller, wieder löser Sex. Sex, 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 sex. Ein Gefühl schlimmer als die Pässe. Sex, 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 sex. Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Oh, ich will dich so sehr. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Äh, ich fühl mich sehr geehrt. Männer nehmen dieses Angebot an. So wird Risiko ihrer eigenen Bedürfnisse. Richtet eure Waffen. Lass es einfach zu. Auf das Kapitän. Auf Snow. Starbill. Für einige Frauen stellt es so doch schon fast eine Win-Win-Situation. Beziehungsweise einen doppelten Gewinn dar. Das Risiko. Genau. Also, dann lass ich mich bitte ausreden. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Auf das Kapitän. Auf Snow. Also, ich empfehle ihnen die Tofu-Brokkoli. Sex, 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 sex. Schneller, widerlischer Sex. Sex, 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 sex. Ein Gefühl schlimmer als die Pässe. Sex, 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 sex. Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sex, 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 sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Die Part verwechseln. Treue und Ehrgefühl bedeuten nichts mehr als sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Eigentlich absolut nichts. Aber anderen doch wieder eines. Erfahrung in Top. Ich hab nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich geb immer die Schulde. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich hab einen 20. Erfolg. Männer behaupten, ihr Vermögen kenne für Partys, Frauen und schnelle Autos kaufen. Den Rest hätten sie verpasst. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkunft nicht zu finanzieren. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Die Leute in den Lohn, die wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Einig, Mario, einig, 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 einig. Elbert, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Was erlaubt? Trud! Sex, 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 sex. Schneller, wie bei Rüssel 6. Sex, 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 sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 sex. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Sex, 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 sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Frauen sinnen in den Medien, sie wollen nur spielen. Und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt. Sobald ein einziges falsches Buch erfüllt. Kann ich den Laden auch zumachen. Das bringt nichts. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Müssen verstehen, warum wir machen wenig. Um Leben und Tod. Das sind alle den Stilfeindern, die uns dazwischen Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Elbert, Janka und der Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Wasser, erlaube, strud! Unser Leben hat niemals uns gehört. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wer kann machen, machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, schreiben? Sechs, 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 schneller, wie doll ist der Sechs. Sechs, 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 sechs. Ein Gefühl, schlimmer als die Pässe. Sechs, 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 sechs. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Sechs, 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 sechs. Sechs, wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Einige sehen sich permanent Unrechtlichkeit, Schwängen und Gewalt durch andere ausgesetzt. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Aber wenn keine Mut an Worten! Das betrifft beide Geschlechter. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Direkt ins Gesicht gespuckt. Sechs, 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 sechs. Schneller, widerlicher Sechs. Sechs, 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 sechs. Ein Gefühl, schlimmer als die Pässe. Sechs, 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 sechs. Wer hat's noch nicht? Wer will nochmal? Sechs, 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 sechs. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Doch oft zieht die Frauen den Kürzeren. Frauen lassen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch. Unschuldig oder aus Gründen, die für uns so schwer nachvollziehbar sind. Andere werden gezwungen, die am Körper verkaufen. Diese tun das nicht, freiwillig. Die werden gezwungen mit Zwang und Gewalt. Das ist ein populistischer Scheiße. Der berühmte schwarze Mann. Korruptes Arschloch. Schlampe. Ach, ey, sie gehen mir auf den Sack, ey. Tippen. Was grinst du mich an, ne? Was lachst du? Wichser. Sechs, 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 sechs. Schneller, widerlicher Sechs. Sechs, 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 sechs. Ein Gefühl, schlimmer als die Pässe. Sechs, 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 sechs. Wer hat's noch nicht? Wer will nochmal? Sechs, 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 sechs. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Die Betredigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versuchter, schlagender, dominanter Sekretär. Du Arsch, du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt. Du Arsch, du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du Arsch. Fettes Arschgesicht. Du Arsch, du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du Arsch. Du Wichser. Hurensohn, Missgeburt. Wichser. Sechs, 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 sechs Schneller, wieder löscher Sechs Sechs, 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 sechs Ein Gefühl, schlimmer als die Pess Sechs, 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 sechs Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sechs, 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 sechs Wie geht es dir dabei? Sag's doch mal Du Arsch, du Wichser, du Arsch Du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot Hurensohn, Missgeburt Du Arsch, du Wichser, du Arsch Fettes Arschgesicht Hurensohn, Missgeburt Wichser Sechs, 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 sechs Schneller, wieder löscher Sechs Sechs, 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 sechs Ein Gefühl, schlimmer als die Pess Sechs, 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 sechs Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sechs, 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 sechs Wie geht es dir dabei? Sag's doch mal Du Arsch, du Wichser Du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot Hurensohn, Missgeburt Du Arsch, du Wichser Fettes Arschgesicht Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Hurensohn, Missgeburt Wichser Sechs, 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 sechs Schneller, wieder löscher Sechs Sechs, 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 sechs Ein Gefühl, schlimmer als die Pess Sechs, 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 sechs Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sechs, 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 sechs Wie geht es dir dabei? Sag's doch mal Du Arsch, du Wichser Du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot Hurensohn, Missgeburt Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Fettes Arschgesicht Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Du Arsch, du Wichser Hurensohn, Missgeburt Wichser Sechs, 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 sechs Schneller, wieder löscher Sechs 6666 Ein Gefühl, schlimmer als die Pest 6666 Wer hat noch nichts? Wer will nochmal? 6666 Die Rede sind dabei, sag doch mal Für Waffen, Drogen, Nutzen und 666 Schnellen, widerlichen Sex Crime, Destroyed, Eliminated Wir sind Freunde der USA Ich raste aus, wenn ich sowas höre Notfalls überstehe ich alle Repressalien Ich werde trotzdem weiter kämpfen Ich werde niemals aufhören, für Recht, für Sex und den Schutz der Menschen einzutreten 6666 Schneller, widerliche Sex 6666 Ein Gefühl, schlimmer als die Pest 6666 Wer hat noch nichts? Wer will nochmal? 6666 Du Arsch, du Wichser Du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot Hurensohn Missgeburt Du Arsch, du Wichser Du Wichser Fettes Arschgesicht Du Arsch, du Wichser Du Arsch Du Wichser Du Wichser Du Wichser Hurensohn Missgeburt Wichser 6666 Schneller, widerlicher Sex 6666 Ein Gefühl, schlimmer als die Pest 6666 Wer hat noch nichts? Wer will nochmal? 6666 Wie geht es dir dabei? Sag doch mal! Sehr geehrte Damen und Herren Liebe treue Hörer Bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt Dies soll es bei Hottentat, Hottentat, Hottentat nicht geben Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist Bei dem ich trotzdem versuche immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel Andere aus Die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten Ich mache immer noch alles selber Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentat Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken Die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben Ich arbeite an so vielen Projekten Dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält Wenn man einige Titel ein paar mal öfter hört Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause Bei Hottentat immerhin nur eine Sommerflause Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß Wunderbar 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 Dann fahr eine Arme aus dem Chai Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ist alles, was... Ach, sie gehen mir auf den Sack, ey Wunderbar Wunderbar Another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another song to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Es macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene, bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Pullen Ficken Kühe, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für die musikalische Untermalung dieser Version bearbeitete ich Bild der Bergen von Robert Rohr. Darauf folgt Pokémon Sportskanone, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung eine Violent Song von Lensfield bearbeitete. Anschließend spiele ich Ich hasse dich, weil ich dich liebe, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Mit dem ich zur musikalischen Hinterlegung How Do You Feel About? Gitarre Instrumente von Ivan Shaw bearbeitete. Viel Spaß! Vielen Dank, vielen Dank! Oh, 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 Bullen ficken Kühe Oh, 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 Bullen ficken Kühe Oh, 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 Bullen ficken Kühe Oh, 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 let's go! Ein Achse auf einer Wiese suchte seine Liebe Er erblickte einem Kuh Diese machte Mut Let's go! Bullen, Bullen ficken alle Kühe Bullen, Bullen machen sich die Kühe Bullen, Bullen ficken alle 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 Kühe Bullen, die Mühe! Bollen, Let's Go! Bollen ficken Kühe, oh 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 Let's go! Es stand in meinem Biobuch Jede Crew macht Mut, auch Bullen suchen Liebe Das ist die Macht der Triebe Let's go! Bullen schwein nach Haus Bullen schwein nach Haus Bullen schwein nach Haus Bullen schwein nach Haus Tierschützer aller Länder, beeilen euch Let's go! Bollen ficken Kühe, oh oh Bullen 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 ficken Kühe, oh oh Let's go! Ein Pärchen voller Glück Keiner will jetzt Pärchen rücken Sie schenken sich einander viel Der Bullen in die Lieder viel Let's go! Bullen, Bullen, wir knallen Kühe Bullen, Bullen, machen sich die Mühe Bullen, Bullen, springen über Wiesen Bullen, Bullen, wollen alles begüßen Bullen, Bullen, kennen jeden Star Bullen, Bullen, machen vor nichts halb Bullen, Bullen, ficken alle Kühe Bullen, Bullen, machen sich die Mühe Bullen, let's go! Bullen ficken Kühe, oh 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 Let's go! Sie planten schon die Flitterwochen Keiner dachte mehr ans Kochen Auf seinen alten Knochen kam er gerne angekochen Let's go! Bullen ficken Kühe, Bullen ficken Kühe Bullen ficken Kühe, Bullen ficken Kühe Bullen ficken Kühe, Bullen ficken Kühe Bullen ficken Kühe, oh 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 Oh, 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 let's go! Der Bulle war kein Ochse, er hatte seine Buchse, doch er wollte nicht nach Franien, lieber ist ihm Indien, let's go! Bullen, Bullen, ficken alle Kühe Bullen, Bullen, machen sich die Mühe Bullen, Bullen, rennen über Wiesen Bullen, Bullen, wollen alles zu Wiesen Bullen, Bullen, keinen jeden Starr Bullen, Bullen, machen vor nichts an Bullen, Bullen, ficken alle Kühe Bullen, Bullen, machen sich die Mühe Bullen, let's go Bullen, ficken alle Kühe Bullen, ficken alle Kühe Bullen, ficken alle Kühe Bullen, ficken alle Kühe Let's go Starke, Herse, Kuh und Kinn Blind in der Nacht der Liebe sind Daraus folgte Fallen, ficken alle Sonst wäre die Liebe ja nur halb Let's go Bullen, schweine raus Bullen, schweine raus Bullen, schweine raus Bullen, schweine raus Je erstmal alle Länder Vereine dich Lets go 전 Bullen, ficken, Kühe muh, 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 muh vereinigt euch lets go Bullen, ficken, kühe muh, 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 muh voi Bullen, ficken, kühe muh, 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 muh Bullen, ficken, kühe muh, 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 muh 그래 Der Fleischer musste schweigen. Er hatte nichts zum Schneiden. Der Teller blieb so leer. Diese Liebe ist nicht her. Let's go! Bullen, Bullen, picken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, Bullen, strinnen über Wiesen. Bullen, Bullen, wollen alles bedürfen. Bullen, Bullen, wollen alles bedürfen. Bullen, Bullen, machen vor nichts halt. Bullen, Bullen, picken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, let's go! Bullen picken Kühe, oh oh oh. 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 Let's go! Bullen, kalt und Kuh, machen noch immer Mut. Auf der kleinen Kühe, glücklich in der Liebe. Diese Rinder noch blind sind. Let's go! Bullen, schweine raus! Bullen, schweine raus! Bullen, schweine raus! Bullen, schweine raus! Vier Schütze aller Länder, beeinigt euch. Let's go! Bullen, picken Kühe, oh 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 oh. 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 Let's go! Ewegen soll man singen, wie ihr Rinder springen. Darum verkündet die frohe Kunde, seien ein Freund von mir zu tun werden. Let's go! Let's go! Wollendwickenkühe, oh 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 Wollendwickenkühe, oh oh Wollendwickenkühe, oh oh Wollendwickenkühe, oh oh Let's go! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich werde die Halle holen. Pokémon Spotskanone. Schritt für Schritt zum nächsten Spiel. Pokémon Spotskanone. Es ist mehr als nur ein Spiel. Jeder Schritt ist revolutionär. Und bleibt total legendär. Mehr Zeit als in jedem Fitnessstudio. Da bringt man mitten im Straßendeko. LKWs buchen nur aus Spaß. Die Feuerwehr macht mich nicht nass. Heute Abend geht noch was. Die Polizei mischt doch mit Wünscher. Pokémon Spotskanone. Besser als Wasserpastolen. Pokémon Spotskanone. Ich werde die Halle holen. Pokémon Spotskanone. Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Spotskanone. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich verliere für viele Pfunde. 300 Kilokalobien in der Stunde. Jede Woche ist ein Kilo weg. Dann ist Winter. Ist auch kein Sex. Im Frühling dann der nächste Heim. In der Klinik-Uhr ist es nicht mehr weiß. Ich muss noch tausend Pokémon sammeln. Dann zieht man mich im Wasser. Gammeln. Pokémon Spotskanone. Besser als Wasserpastolen. Pokémon Spotskanone. Ich werde sie alle holen. Pokémon Spotskanone. Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Spotskanone. Es ist mehr als nur ein Spiel. Jedes Jahr das gleiche Spaß. Pokémon. Ich gebe Gas. Falls es mir die Welt gehören. Ich werde jedes Turnier stören. Diese Welt gefällt mir sehr. Daher bleibe ich für immer hier. Doch eines Tages ist der Akku leer. Dann bin ich weg. Es geht nicht mehr. Pokémon Spotskanone. Besser als Wasserpastolen. Pokémon Spotskanone. Ich werde sie alle holen. Pokémon Spotskanone. Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Spotskanone. Es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon Spotskanone. Besser als Wasserpastolen. Pokémon Spotskanone. Ich werde sie alle holen. Pokémon Spotskanone. Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Spotskanone. Es ist mehr als nur ein Spiel. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse dich, weil ich dich über alles liebe. Ich hasse es, nachts aufzuwachen, um sehnsuchtvoll über dich zu wachen. Den ganzen Tag denke ich an dich. Ich hasse es, wenn du nicht bei mir bist. Ich hasse deine Stimme, wenn du nicht mit mir sprichst. Ich hasse dich, weil du einfach alles für mich bist. Ich hasse doch gar dein Fahrrad vor dem Haus. Und ich schreie es laut hinaus. Ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse dein Lachen, wenn du es jemand anderem schreibst. Denn dann befürchte ich, dass du nicht an mich denkst. Ich hasse es, deine Nachrichten zu lesen. Denn ich möchte, dass du mit mir redest. Ich hasse es, dir nachzusehen. Denn so wirst du von mir gehen. Ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse, 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 hasse dich, weil ich dich liebe. Weil ich dich über alles liebe. Ich hasse dich, du gehst mir nicht aus dem Kopf. Ich hasse dich, ich henne an dir mit jedem Tropf. Ich hasse dich, wie soll ich es nur deutlich sagen. Ich hasse dich, weil ohne dich möchte ich keinen Schritt mehr wagen. Ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, weil ich dich liebe. Ich hasse, 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 hasse dich, weil ich dich liebe. Weil ich dich über alles liebe. Hallo Welt, in der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwanzläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer sich mit meinen Arbeiten noch näher auseinandersetzen möchte, kann dies gern dort tun. Derzeit ist der Sender noch klein und benötigt einige weitere Treuern. Doch ich bin überzeugt, dass hier in schnellstmöglicher Zeit etwas Gutes entstehen und wachsen kann. Material habe ich genug da, sowohl selbstproduziert wie auch von anderen. Wer mit meiner zusätzlichen Antworten ein Problem haben sollte, kann ich mir gerne mal den Buckel runter wünschen. Dann sage ich, ich fahre damit einen chinesischen Wok runter. Es wäre einfach noch vieles zu sagen, aber... Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Ach ja, sie gehen mir auf den Sack, ey. Ja, das ist... Das ist... Das ist... Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene, bekannte, musikalische Werke. Ich beginne mit... Ich fahr für dich in die Hölle. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für die musikalische Unterstreichung dieser Version bearbeitete ich Drive von Alex Berosa. Darauf folgt... Ich will dich so sehr, fantastisch, yeah. Ein musikalisches Stück, bei dem ich mich neben weiterhin insbesondere auf die Zitate von Anke Enelke bezog und für die musikalische Umwandlung Walk in the City von Lensfield bearbeitete. Anschließend spiele ich... Frauen Nerven. Ich spiele Pokémon, ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir selbst bearbeiteten Version von Hidden Blues, von Pix. Danach lasse ich hören... Kein Schutz für Kinder. Ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir bearbeiteten Version von Heavenly Heart, von Thomas Fusion. Und last but not least... Die Schornsteine stehen nicht still. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Two-Swords von Ghost bearbeitete. Viel Spaß! Die Strafe des in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich lass dich frei sein, doch ich will bei dir sein. Du bist meine Königin, ich dein Prinz. Du bekommst alles, weil du mein Herz gewinnst. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Das ist alles, was ich will mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles, das ist alles, was für mich wichtig ist. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich finde dich sehr attraktiv. Auch in Schlapperpulli und in Jeans. Du bist die Frau, um die sich mein gesamtes Leben dreht. Ich tue alles für dich und möchte nur, dass du niemals gehst. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Mit deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich lasse dich gerne die Zügel schießen. Doch bitte tu kein Öl ins Feuer gießen. Du kannst jederzeit gehen. Doch bitte komm immer wieder zu mir zurück. Du weißt genau, du bist und warst schon immer mein ganz großes Glück. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Das ist alles, was ich will. Oh, ich will dich so sehr. Ich will dich so sehr. Wir sind auch alle überrascht und wir freuen uns natürlich sehr. Ich will dich so sehr. Was will man mehr? Ich will dich so sehr. Moderator ist ja mehr. Ich will dich so sehr. So meine sehr verehrten Mutter. Ich will dich so sehr. Was will man mehr? Ich will dich so sehr. 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 Oh ich will dich so sehr. Ähm, wir sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Ähm, wir sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Dann sag ich, ich fahr da mit nem chinesischen Bock runter. Oh, ich will dich so sehr. Da muss man auch hinfahren, um ein bisschen Spaß zu haben, oder? Oh, ich will dich so sehr. Längste Jahre Meister geworden mit Armen, äh, Nerige. Oh, ich will dich so sehr. Ähm, wir sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Ähm, wir sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Ähm, wir sind ja ungefähr... Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich will dich so sehr. Oh, ich veris şuzaig er. Oh, ich veris şuzaig er. Oh, ich veris şuzaig er. ệt Jo, ich veris şuzaig er. Frauen nerven, ich spiel Pokemon, Frauen nerven, ich spiel Pokemon, Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, ich spiel Pokemon, Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratsche, man bekommt doch einen an der Kratsche. Meine Eier kann's besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Was will man denn davon erwarten? Sie meckern, ich will starten. Ich kenne Besseres als Fischrei. Dabei sind sie mir nicht einerlei. Verschimpfen, meckern, schreien. Das muss auch mal vorbei sein. Ich mach die Welt, wie's mir bekomm. Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratsche, man bekommt doch einen an der Kratsche. Meine Eier kann's besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Alle über einen Kampf zu scheren. Keine von ihnen zu begehren. Das wäre voll total daneben. Doch Schattenzeiten gibt es eben. Diese zu überstehen, trächt man für Kraft, die nicht jedermann so genügend gehabt hat. Damit sage ich, der Mann hat begonnen. Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratsche, man bekommt doch einen an der Kratsche. Meine Eier kann's besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Frauen nerven, ich spiel Pokemon. Wir machen ja nicht so gut bei dir. Wir machen das Schlagland, ich spiel Pokemon. Kein Schutz für Kinder, er drückt das Kleine Herz für mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Rabenmütter will man nicht, doch nicht gegen eignen Erfahrung spricht. Lasst Kinder kleine Fehler machen, über die sie später selber lachen. Eingesperrt in Stacheldraht, überempfindlich an Übereifernaht. Ohne Angst ein Kind gerne einen Fehler mag. Reines Gewissen mischt am kleinen Herzen nach. Die brauchen Schutz, doch nicht zu viel. Sonst ist der Spaß sehr schnell verspielt. Werte, Normen bringt sie ihnen bei. Doch lasst sie in Herz und Kopf noch frei. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, Mistress hat euch gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel sonst an der Seele nach. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz für mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus einem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Kein Schutz für Kinder, alle wissen nicht mehr nicht mehr zu favored. Wir zeigenIV. Erden Fehler auf, dieses Tun ist schnell verbaut. Schützt Sie nicht vor kleinen Fehlern, helft Ihnen auf auf Ihren Trätern. Selbstbewusst, Fuß vor Fuß, wissen Sie schnell selbst, wie man Gutes tut. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst Sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden Sie schnell im Mund her. Kein Schutz für Kinder, ist reißhaftig gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nahe. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz für mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst Sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt, werden Sie schnell im Mund her. Kein Schutz für Kinder, ist reißhaftig gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nahe. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herz für mich. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, стро soll Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Maschinen stehen niemals still. Erzeugen Tod, Hass, Schrott und Müll. Es gibt so viel Unheil auf dieser Welt. Alles nur für das schnöde Geld. Eingebunden in diese Maschinerie, kann sich leider kaum jemand entziehen. Was bleibt, sind nur noch Träume von einer besseren Welt, in der so viel mehr zählen möge, als nur das schnöde Geld. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann sich noch dagegen stellen, in einer Welt, in der viele, viele Dinge fehlen? Unser Herz sollte uns besser leiten. Wir sollten nicht nur Schmerz bereiten, doch wir tun es doch und immer fort. Uns fehlt oft der Mut, hier und dort, abhängig von einem kranken System, unter dem wir leider alle schon viel zu lange stehen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Wer kann in einer solchen Welt noch glücklich sein? In einer Welt vollkummer, Schmerz und Leid. Für Gerechtigkeit muss endlich vieles enden. Besser ist, mit Herz und Verstand zu lenken. Dieses Erbe möchte die Gesellschaft nicht mehr tragen. Und eines Tages könnten kommende Generationen fragen, musste das denn wirklich sein? Wir brauchen Alternativen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Die Schornsteine stehen nicht still. Ich kann nicht sehen, was ich will. Überall ist nur Nebel und Rauch. Die Flammen brennen im Nebelrauch. Was hier geschieht, kann nicht gut sein. Da hilft weder jammern noch schreien. Wir müssen das in den Griff bekommen, sonst wird uns unser Essen nicht bekommen. Es ist Zeit. Und wir müssen reden. Das Sendungs- und YouTube-Format Hot & Hot neigt sich dem Ende, zumindest dem vorläufig Angekündigten. Denn das Unterhaltungsformat, das bewusst die Gemüter spaltet, und von großer Begeisterung bis tiefen Hass, alle Stimmunsschwankungen und Meinungen hervorruft, naht sich seiner hundertsten Sendung. Bisher wurde viel erreicht und viel gekämpft. Neben einigen furchtbaren Werken, die wohl am ehesten Mut beweisen, sie überhaupt zu senden, waren auch viele großartige Werke dabei. Und die Entwicklungskurve zeigt wohl steil nach oben. Ende letzten Jahres entsprann mit dem Überdach Hot Entertainment sogar eine ganze Organisation daraus, die unter anderem sogar einen eigenen Radiosender bietet. Die großen Kämpfe, die ausgetragen wurden, erstreckten sich bisher vorrangig auf dem Kampf gegen sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Vorurteile und Hass und vieles weitere, sowie gegen Tierschänden und Massentierhaltung, für die Freiheit der Kinder und gegen politischen Wünsches. Für die Zukunft würden noch viele Umsetzungen ausstehen. Wichtige Kämpfe sollten weitergeführt werden. Künstlerisch ist immer noch vieles umzusetzen. Neue Nebenshows könnten etabliert werden und das Sammelsurium der aktuellen Werke ist mittlerweile riesig. Was mich für mein eigenes künstlerisches Schaffen derzeit besonders interessiert, sind moderne Auseinandersetzungen mit älteren Werken wie der Prozess von Franz Kafka, das Schreiben und Produzieren großer Balladen und das Entdecken und Erfinden neuer Entwicklungsmöglichkeiten der unterhaltsamen Gestaltung journalistischer und literarischer Texte. Daneben gilt es, auch kleine Aufgaben anzugehen, wie die autovisuelle Gestaltung kleinerer Texte meiner derzeitigen Hauptwebzeit. Dieses werde ich sicher auch ohne das Format mit dem Schlagbuch Hottentot, Hottentot, Hottentot angehen. Ebenfalls werde ich vieles weitere auch ohne dieses Format Hottentot angehen, umsetzen und produzieren. Für besondere Inspirationen sorgen hier bei der Zeit vor allem Veranstaltungen wie Lesebühnen und Poecie-Slams. Die Werke aus Hottentot werden sicher nicht verschwinden und viele weitere werden folgen. Die Garantie dafür ist, selbst wenn alle Stricke reißen, dass dieses unterhaltsame, journalistische, musikalische, komödiantische Format niemals einen echten, roten Fasenbissart, außer fleischlich selbst und das möglichst ohne Zensur. Dieses Hintergrundwissen sollte zu einigen riskierten Rückschlüssen Schlussfolgerungen verleiten. Im Grunde kann es zu meinen Lebzeiten eigentlich gar kein echtes Ende geben. Leider kann es aber eigentlich auch von niemand anderem in der Form natürlich und echt weitergeführt werden. Und jeder Angriff auf dieses Format, das mich als einzigen roten Faden besitzt und eigentlich nur als ein Sarsubium meine eigenen Werke ist, ließe sich im Grunde als persönlicher Angriff auf mich selbst verstehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass ursprünglich davon ausgegangen wurde, 100 Sendungen zu produzieren. Diese 100. Sendung wird nun bald produziert sein. Daher stellen Sie trotz allem einige wichtige Fragen, zumindest zu diesem eigenständigen Format. Wie soll es nach der 100. Sendung weitergehen? Kann und wird es überhaupt weitergehen? Was sagt die Polizei dazu? Wie stehen Professoren, Dozenten, Studenten und Fans zu dieser Frage, zu diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Format? Wie bewerten Präsidenten die aktuelle Sachlage? Darüber und über vieles Weitere soll offiziell in der 100. Sendung Hot and Hot Hot and Hot Hot and Hot besitzt werden. Ich erwarte große Anteilnahme und empfehle bis dahin Ambraner einfach easy ablachen. Ich wünsche wie gewohnt nach wie vor viel Spaß. Wunderbar Wunder Wunder Wunderbar Wunderbar Dann hol eine Arm aus dem Teil Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Ach, sie gehen mir auf den Sack, ey. sind sie die . Wunderbar 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 You took a piece of my heart I never thought that this could fall apart You said you fell in love and this was more than I had ever been afraid of Another life Another happy ending It cuts like a knife Another place, another time Another hand to touch Another song to shine You got me deeper than deep And I'm constantly blind Es macht mich stolz und dankbar Jetzt folgen eigene, bekannte, musikalische Werke Ich beginne mit Ich kann mir das durchaus vorstellen Ein musikalisches Projekt Bei dem ich neben weiteren Insbesondere die Zitate von Stefan Raab verwendete Und zur musikalischen Unterstreichung Song Title Indicates Meaning von Jasper Teen bearbeitete Darauf folgt Fundamentalisten Love Song Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk Zur musikalischen Hinterlegung dieser Version bearbeitete ich Downs Battle Instrumental von Ivan Shaw Anschließend spiele ich Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut Ein musikalisches Projekt Bei dem ich neben weiteren vor allem die Zitate von Stefan Raab verwendete Und zur Instrumentalisierung Und zur Instrumentalisierung Absolutly Clear Instrumental Mix von Cheris bearbeitete Danach lasse ich hören Seit das Küken meines Lebens Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk Bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Freelude von Reus Neus bearbeitete Und last but not least Ihr mögt mich kritisieren Ihr verschwendet eure Zeit Ein vollständig selbstständig erstelltes musikalisches Werk Zur musikalischen Unterstreichung bearbeitete ich für diese Version I Don't Know von Graves Viel Spaß Ich kann mir das sicher vorstellen Ob du dir vorstellen kannst Ich kann mir nicht vorstellen Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ob ich dir vorstellen kann? Oh, warte nicht ob ich dir vorstellen könnt. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Was war ein Schen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin, 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 ich bin Fundamentalist, ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin, 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 ich bin Untertitelung. BR 2018 Ich fühle mich gut. Raab kann nicht nur moderieren. Ich fühle mich gut. Moment, ich finde diese Vorstellung gut. Ich fühle mich gut. Wir zeigen schon oft Menschen, die merkwürdig aussehen, aber das war uns dann doch zu gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ja, erstmal großes Kompliment. TV Total gucke ich ganz gerne. Sehr gut. Ich fühle mich gut. Mir geht's saugut. Ich fühle mich gut. Tschüss, mag es gut. Tschüss, mag es gut. Ich fühle mich gut. Also eher eine Hommage. Absolut. Ich fühle mich gut. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Ich fühle mich gut. Als Zeichen der Demut. Ich fühle mich gut. Ich wurde nur für eine Sache großgezauern. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Wir sitzen schon seit drei Stunden hier in Proben. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Aber ich finde, wenn's der FC Bayern schon nicht schafft, dann müssen wenigstens wir das Triple holen. Ja, ja, ja. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Dann müsst ihr euch aber neuen Vorstand holen. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Einmal, um das Ding reinzustecken und einmal, um es abzuholen. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Raab kann nicht nur moderieren. Ich fühl mich, ich fühl mich gut. Ich fühl mich, ich fühl mich, ich fühl mich gut. Tschüss, mag es gut. Tschüss, mag es gut. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst ausgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der Tag, an dem wir uns begegnet sind, noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein. Denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühl mich, ich fühl mich so viel stärker, nur durch dich. Einfach, weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst ausgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe, wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst ausgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst ausgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst ausgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst ausgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der Tag an dem wir uns begegnet sind noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein. Denn mein Glück bringt mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker nur durch dich. Einfach weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst auch geben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe, wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst auch geben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich bin glücklich mit dir. 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 Ihr mögt nicht kritisieren, das mag euch interessieren, doch ihr müsst kapieren, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr mögt nicht, was ich mache, ihr findet alles Kacke. Wisst ihr, wie ich darüber lache, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr könnt mich nicht ertragen, wollt mich davon jagen, doch das könnt ihr euch bachen, ich bin noch hier in Jahren. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr wollt mich nicht hören, ich möchte euch nicht stören, wolltet euch niemals betören, schaltet bitte einfach ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab, bitte bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr habt einen anderen Geschmack. Wollt nicht wissen, was ich heute hab. Bitte sagt mir, was ihr habt. Ich kann nichts für schlechten Geschmack. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet einfach ab, bitte schaltet einfach ab, bitte schaltet einfach ab. Ich kann nichts für euren Geschmack. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab! Bitte, bitte schaltet ab! Bitte, bitte schaltet ab! Ihr verschwendet eure Zeit! Ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit! Wo ich gebraucht werde, bin ich da! Meine Unterstützung ist für euch klar! Ich lasse mich nicht unterkriegen! Meine Kraft kommt niemals zum Erliegen! Ihr verschwendet eure Zeit! Ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit! Bitte schaltet ab! Bitte, 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 bitte schaltet ab! Ihr verschwendet eure Zeit! Ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit! Ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit! Bitte schaltet ab! Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige Bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere. So wie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641-52220 Fax 03641-522211 E-Mail Carsten.tod.atunni-jena.de E-Mail Adresse des Senders Info at radio-okj.de Facebook www.facebook.com-carsten.tod.009 Slash